Vogelsberg Musik Eine beste Uni ist wie gesagt Nandheim und die Ortschaft heißt Essendorf und da gibt es einen, der heißt Sauer, der ist voriges Jahr oder vor zwei Jahren zum Dienste des Jahres in London gewählt worden, da können wir dann nochmal hin. Aber der baut nicht allzu viel Wein an, ganz steile Lagen und ist relativ natürlich teuer. Horst glaube ich heiß.